Hey Leute, ja, ich habe mal so meine Videos durchgeguckt, weil ich halt nicht wirklich irgendwo was bewerten konnte, habe ich aufgehört andere Videos anzuschauen, irgendwie ist YouTube halt gerade in Arbeit. Ja, und ich habe dieses Video gesehen, Just Me heißt es, wurde noch nicht so oft angeklickt, was ich schade finde, und ja, ich nehme das jetzt einfach nochmal neu auf, weil ich mich da total oft verspielt habe, und egal, darüber rede ich am besten gar nicht. Ja, und ich habe das Video gesehen, und ich habe das Video gesehen, hier habe ich, was ich habe, dass ich mich da total oft angeklickt habe, unter anderem, und ich habe das Video gesehen, Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.